Mike, wir sollten noch mehr Geld in Social Media Werbung investieren und von unbekannten Firmen aus dem Internet Leadlisten kaufen. Da werden bestimmt brauchbare Kontakte dabei sein. Philipp, lass uns doch einfach mal Menschen auf der Straße entsprechen. Ich finde es unprofessionell. Ganz kurze Frage, bist du zufällig aus Wien oder Umgebung? Deswegen spreche ich nicht gezielt an. Nein, an was genau? Lass dir nichts erzählen. Wir haben in den letzten zehn Jahren mit unseren Teilnehmern tausende von Kontakten generiert und das ausschließlich damit, dass wir Menschen auf der Straße angesprochen haben. Und heute erkläre ich dir mal, warum wir die High Potentials, die charismatischen Granaten, die Prachtlachse nur auf der Straße vorfinden. Warum ist der Direktkontakt eigentlich so machtvoll und wie kannst du ihn ab sofort für dich gewinnbringend einsetzen? Zunächst mal möchte ich dir klar machen, dass der Direktkontakt unendlich viel Potenzial ergibt. Du kannst jeden Menschen da draußen ansprechen im öffentlichen Leben. Der zweite Ansatz ist, dass du deinen Mitbewunderern um Welten voraus bist. Seien wir doch mal ganz ehrlich, die meisten nutzen Social Media, wie wir auch. Aber schlussendlich, es traut sich doch eigentlich keiner, andere Menschen im öffentlichen Leben mal anzusprechen. Warum? Richtig, sie haben Angst. Wenn du aber deinen Kontaktmuskel trainierst und regelmäßig mit nur drei Menschen pro Tag über dein Geschäft sprichst, kannst du 100 Prozent davon ausgehen, dass du sicherer wirst. Und der dritte Ansatz, den ich dir mitgeben möchte. Du trainierst übrigens auch deine Datenbank. Das heißt, je mehr Menschen du ansprichst, desto sicherer wirst du auch automatisch. Du bekommst ein Gefühl zu deinen Mitmenschen. Und das ist das, was sich von all deinen Mitbewunderern auch unterscheidet. Und vor allem, last but not least, du gehst in die Aktion statt in die Reaktion. Weil die meisten Menschen warten immer darauf, bis etwas passiert. Geh doch mal in die Aktion. Sprech jeden Tag mit drei Menschen über dein Geschäft. Rechne dir das mal auf die Woche, auf den Monat, auf ein Jahr, auf fünf und auf zehn Jahre hoch, mit wie vielen Menschen du tagtäglich in Kontakt trittst. Wie könnte so eine Direktansprache auf der Straße überhaupt ausschauen? Hier mal ein kurzer Einblick. Wenn ich heute auf jemanden zugehe, dann mache ich zum Beispiel folgendes. Hey, ganz kurze Frage. Bist du zufällig aus München in der Umgebung? Und entweder er sagt ja oder nein. Wenn er ja sagt, kommen wir gleich dazu. Wenn er nein sagt, dann bitte nicht sagen, okay, danke, tschüss, sondern frag doch einfach mal rein oder Umgebung. Und meistens kommt dann ja von dort oder von hier oder ich bin gerade zu Besuch oder von weiters her. Und je nachdem, was er sagt, knüpfst du einfach an. Sagst du, okay, das ist ja cool. Weil, und jetzt kommt genau der Ansatz, der Grund, warum ich dich anspreche, ist folgender. Ich bin selbst Trendscout oder ich mache hier gerade ein Personalcasting oder wir machen gerade hier ein Karrierecasting und sprechen ausschließlich Leute von deinem Format, die vom Äußeren was hermachen, die einen coolen Style haben, die gut ausschauen oder so diese charismatischen Granaten. Und meistens wirst du dann sehen, in dem Moment gibt es so, ja, zwei Typen von Menschen. Der eine sagt so, oh, vielen, lieben Dank. Und der andere sagt so, ja, okay, um was geht's? Natürlich gibt es auch noch der dritte, der läuft einfach weg. Aber den lassen wir jetzt mal einfach außen vor. Das ist nämlich nur ganz gering. Das heißt, diese zwei Typen, egal ob ein bisschen skeptisch ist oder sich total freut, knüpfst du natürlich an, du sagst, hey, ich weiß, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, so direkt auf der Straße angesprochen zu werden. Aber ich hätte mich geärgert, hätte ich es euch nicht gemacht, weil wir machen ganz gezielt heute ein Casting, sprechen Leute an, wie gesagt, von deinem Format, die vom Äußeren was her machen. Und meine Frage an dich, was macht denn jemand wie du beruflich? Und egal, was er sagt, ob er sagt, er ist Student, der ist angestellt, selbstständig oder Unternehmer, völlig egal. Du knüpfst einfach daran an. Also du sagst nicht, oh, okay, Banker, oh, okay, oder selbstständig, oh, okay, sondern einfach mal anders zu agieren. Er sagt zum Beispiel, er ist Banker. Dann sage ich, hey, das ist ja cool. Das heißt, du kannst gut mit Zahlen jonglieren. Oder er sagt, er ist Physiotherapeut. Hey, das ist ja cool. Du kannst auch mal kräftig anpacken, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann sage ich, hey, du sollst deinen Job nicht aufgeben, aber bist du den grundsätzlich offen, dir mal was Neues anzuhören, schrägstrich anzuschauen, wenn es was wirklich Gutes ist? Ja, grundsätzlich schon. Ich müsste halt wissen, um was es geht. So, und dann sagst du zum Beispiel, egal, was du jetzt gerade machst, welche Branche, Wellness, Lifestyle, Financial Planning, Krypto, völlig egal. Du sagst, hey, wir haben mehrere Bereiche, Marketing, Vertrieb, Kommunikationsmanagement, beziehungsweise organisatorischer, logistischer, vertrieblicher Teil. Was jetzt zu dir passt, wo deine Stärken sind, kann ich nicht sagen. Wir kennen uns ja gerade mal zwei Minuten. Aber was ich dir sagen kann, definitiv, ein Gespräch mit mir bedeutet für dich kein Stillstand. Deshalb meine Frage, unter welcher Nummer darf ich dich denn einspeichern? Mobil oder Festnetz? Und du wirst eins feststellen, nachdem du das genauso anwendest, kriegst du auch wirklich von zehn Ansprachen im Schnitt fünf bis sechs Telefonnummern. Und der letzte Schritt, nachdem du jetzt erfolgreich die Ansprache gemeistert hast, und da trennt sich übrigens die Spreu vom Weizen, ist folgende, nämlich, wie rufe ich den Menschen an und vor allem, was sage ich zu ihm, dass er im Nachgang auch wirklich zum Termin kommt, beziehungsweise vollstes Interesse geweckt wird. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Hallo Peter. Ja, klingelt es zum Beispiel beim Peter. Und dann geht er hin und sagt, ja, Peter Müller hier. Und sage ich, hey, spreche hier mit dem besten Banker aus ganz München. Ja, und was geht es denn? Und sage ich, hey Peter, du erinnerst dich vermutlich, wir haben uns letzte, Schrägstrich vor drei Tagen in München kennengelernt. Klingelt es da bei dir? Ja, das stimmt. Dann sage ich, schau mal, jetzt wollte ich einfach mal fragen, hat sich denn in den letzten 24, Schrägstrich 72 Stunden, in deiner beruflichen Situation etwas verändert? Oder bist du grundsätzlich, grundsätzlich immer noch offen, dir lediglich mal was Neues anzuschauen? Ja, grundsätzlich schon. Ich müsste halt wissen, dass nun was geht. Meine gute Absicht, meine gute Absicht, wieso ich dich angesprochen habe, ist ja folgende. Und zwar, ich habe dir ja gesagt, als Beispiel, ich bin im Bereich Financial Planning tätig. Oder ich bin im Bereich Wellness und Lifestyle tätig. Bin stark am Expandieren und du sollst deinen Job nicht aufgeben, aber ich wollte fragen, ob du grundsätzlich offen bist, dir mal was Neues anzuschauen. Ja, grundsätzlich schon. Was habt ihr denn da für Bereiche? Oder kannst du mir ein bisschen was genaueres erklären? Und dann sagst du zum Beispiel, schau, du bist vermutlich nicht ein Mensch, der sich mit 20, sondern mit 100-prozentigen Informationen zufrieden gibt. Stimmt's? Ja, das stimmt. Dann sage ich, okay, was wäre denn jetzt der nächste logische Schritt? Ja, wir machen einen Termin. Dann sagst du zum Beispiel, richtig, wann hast du denn nächste Woche überhaupt keine Zeit? Und wenn derjenige zum Beispiel zu dir sagt, ja, kannst du mir auch was per E-Mail senden? Sagst du als Ansatz, klar könnte ich dir was per E-Mail senden, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich dich sonst überschwemme mit irgendwelchen Informationen und ich möchte dir nur ganz gezielt Informationen geben. Deshalb meine Frage, wann hast du nächste Woche überhaupt keine Zeit? Ja, dienstags und donnerstags. Super, lass uns doch Montag direkt machen. Ich komme übrigens auch ungeschminkt zum Zoom, wenn du dich mit ihm über Social Media, also über Online triffst und ansonsten machst mit ihm ein persönliches Face-to-Face-Gespräch aus. Und als letzten Ansatz, was ich dir noch mitgeben möchte, frag doch einfach mal denjenigen, hey, auf was freust dich denn persönlich am meisten? Du wirst eins sehen, wenn du es genauso umsetzt, hast du einen sofortigen Erfolg, nicht nur am Hörer, sondern vielmehr auch bei deinem Termin. Du siehst also, es funktioniert. Deshalb möchte ich dir jetzt mal anhand von einem Live-Beispiel aufzeigen, wie ich von meinem Gegenüber spielen gleich die Nummergewinne und das mit jeder Menge Spaß. Auf geht's. Ganz, ganz kurze Frage, bist du zufällig aus Wien oder Umgebung? Also es ist keine blöde Anmache oder so, sondern ich mache es ganz kurz. Wir haben nämlich die ganze Woche hier ein Casting gemacht. Also ich bin heute auch ein bisschen privat unterwegs. Wir haben Leute einen Sprung von deinem Format, die vom Äußerlichen was machen und du schaust gut aus. Deswegen spreche ich dich gezielt an. Ja? Nee, an was genau? Wien. Naja, du hast ja kein Interesse, du weißt ja nicht mehr, worum es geht. Okay. Angebot bist ja noch weit entfernt. Der Punkt ist der, was machst du beruflich, in welchem Bereich? Ich leite ein Mikro-Oltest-Auswahl. Cool, weil ich habe selbst Unternehmen in Deutschland sehr erfolgreich in Laua, mache viel im Social-Media-Bereich. Und wir suchen ganz gezielt Leute, die schon mit beiden Beinen fest im Leben stehen, aber grundsätzlich offen sind, sich mal vielleicht was Neues anzuhören. Im Bereich Werbung sind wir tätig, also bezahlte Werbung. Das baue ich hier gerade verstärkt in Wien auf. Deswegen bin ich heute auch ein bisschen privat unterwegs. Ja, ich bin hier gerade, ich habe gerade dort hingewächst und ich bin... Gut, okay. Sich mal, sich mal, alles gut, ist ja nichts passiert. Was könnte grundsätzlich passieren, wenn man sich mal für 10 Minuten zusammensetzt? Nicht heute, sondern die Tage mal austauscht? Jetzt haben Sie meine Karte oder irgendwas. Kannst du mich direkt mitnehmen, 1,60 groß, wenn du möchtest. Ja, ich tue mich immer, dass man sich mal unverbindig austauscht, mein Lieber. Du bist der? Du bist, du bist aber, du bist aber heute negativ genau, oder? Du bist du total, oder bist du immer so? Ja, ich tue mich immer so. 0660. Okay. Genau. Wann, 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 wann darf man dich mal kontaktieren? Das habe ich nicht verstanden. Wann darf man dich kontaktieren, wann darf man mal durchrufen? Oder wann darf er mal durchrufen? Nächste Woche. Nächste Woche. Gute Nummer. Schau nicht so kritisch, alles gut. Wenn du wüsstest, wer ja gerade vor dir steht, würdest du anders reagieren. Ja, logisch. Aber schau mal, schau mal. So ist es. Normalerweise, aber wir sind auch nicht normal. Aber du bist ja auch super. Guck, wir haben beide einen coolen Klamottenstil, deswegen habe ich dich angesprochen. Cooler Typ. Gute Zeit. Schönes Wochenende. Er meldet sich, dass du Bescheid weißt. Schönes Wochenende. Alles Gute. Danke. Tschüss. Vermutlich hast du jetzt eine komplett neue Sichtweise, weil dir bisher noch nie jemand live vorgemacht hat, wie du Kontakte auf der Straße live generierst. Unser Motto ist immer, nicht labern machen. Und wenn du jetzt herausfinden möchtest, was unsere Praxisgeheimnisse sind, die uns an den Punkt gebracht haben, an dem wir jetzt sind, dann schau dir unbedingt dieses Video an.